Indonesien, am Morgen des 20. Mai 1883. Eine Gruppe Fischer ist unterwegs zu der kleinen Insel Krakatau. Noch ahnen sie nicht, dass sie Zeugen werden sollten von den Vorboten einer der verheerendsten Naturkatastrophen, die jemals über die Welt hereinbrach. Nur knapp entkommen die Männer der Hölle. Und doch ist dies erst der Anfang. Monate später zerreißt der Vulkan Krakatau die ganze Insel. Die Explosion hat die Gewalt von 150 Millionen Tonnen TNT. Über dem nahen Sumatra und Java gehen tagelang Ascheregen nieder. Anna? Die Druckwellen hallen über den gesamten Planeten. Wissenschaftler erleben den Ausbruch hautnah mit und wagen erste Hypothesen. Gigantische Tsunamis türmen sich auf. Doppelt so hoch wie die Wellen der Katastrophe von 2004. Oh Gott. Sie rasen auf die umliegenden Küsten zu und machen 165 indonesische Städte und Dörfer dem Erdboden gleich. Mehr als 36.000 Menschen verlieren ihr Leben. Innerhalb weniger Stunden geht die Nachricht um den Erdball. Wagemutige Forscher bemühen sich, die geologischen Urgewalten zu verstehen. Dieser Film stützt sich auf ihre Berichte. Er erzählt die wahre Geschichte der Ereignisse, die zu einer der größten Katastrophen seit Menschengedenken geführt haben, mit Auswirkungen für die gesamte Welt. 1883 ist Ketimbang an der südlichen Spitze von Sumatra ein ländlicher Außenposten des holländischen Kolonialreiches. Das Leben ist beschaulich in diesem dicht besiedelten Städtchen. Nichts stört die Ruhe, gerade mal knapp 40 Kilometer von der Vulkaninsel Krakatau entfernt. Sombie, eine junge einheimische Frau, ist unterwegs zu ihrer Arbeitsstelle. Es ist ihr erster Tag als Kindermädchen in der Familie eines holländischen Kolonialbeamten. Als eine der wenigen europäischen Frauen der Gegend lebt Frau Bayering zurückgezogen und einsam. Soziale Kontakte zur lokalen Bevölkerung sind nicht üblich. Ihren Tagebuchaufzeichnungen verdanken wir mit die besten Berichte des Vulkanausbruchs. Er heißt Janni. In der Stadt ist Wilhelm Bayering als Kontrolleur der Vertreter der holländischen Kolonialverwaltung. Täglich hält er Sprechstunden für die Menschen ab. Er spricht fließend Malayisch und versucht die Belange der Bevölkerung mit seinen Vorschriften für Recht und Ordnung in Einklang zu bringen. Indonesien, ein gewaltiges Reich aus mehr als 10.000 Inseln. Zu den größten des Archipels zählen Java und Sumatra, getrennt durch die Sunda-Straße, ein stark frequentierter Schifffahrtsweg. An der Südspitze Sumatra ist das Städtchen Ketimbang, nur knapp 40 Kilometer entfernt. Quasi vor der Haustür der Bayerings, die Insel Krakatau. Im Zentrum der gleichnamige Feuerberg. Zur Verbesserung der Navigation in diesen Gewässern waren an der Westküste Jawas eine Reihe von Leuchttürmen errichtet worden. Der Fourth Point Leuchtturm, einer von ihnen. Toemang, der erst kürzlich ernannte Leuchtturmwärter, ist für die Sicherheit der Sunda-Straße verantwortlich. Alles ist ruhig. Gerade zieht wieder einmal der holländische Regierungsdampfer, die Gouverneur-General-Laudon, draußen entlang Ketau vorbei. Das Schiff befindet sich unter dem Kommando von Kapitän Lindemann, einem ehemaligen Offizier der holländischen Marine. Exzellent, das ist Pflichterfüllung. Für den Kapitän und die Mannschaft ist der Krakatau eine vertraute Landmarke am Horizont. Seit über 200 Jahren schläft der Berg. Eine trügerische Ruhe. Im März des Jahres 1883 zeugen erste kleine Beben tief im Inneren von der aufkommenden Gefahr. Von den Menschen werden sie nicht wahrgenommen. Was ist denn mit dir los? Was denn? Wieso bist du so unruhig? Psch, psch, ruhig. 130 Kilometer östlich von Krakatau an der Nordküste Jawas liegt die Hafenstadt Batavia. Batavia, das heutige Jakarta, war die Hauptstadt des holländischen Ostindiens und die Drehscheibe für den asiatischen Gewürzhandel. Seit dem 17. Jahrhundert behauptete sich Holland als die dominierende Handelsmacht im fernen Osten. Orientalische Gewürze, Zucker, Zimt und Pfeffer, aber auch Tropenhölzer, Gold und Kautschuk brachten den Kolonialherren satte Gewinne. Eine große Zahl von Frachtschiffen war ständig zwischen hier und Europa unterwegs. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Und immer führt der Weg vorbei am Krakatau. Dr. van der Stock, ein namhafter Wissenschaftler aus Utrecht, lebt 1883 als Direktor des Magnetischen und Meteorologischen Observatoriums in Batavia. Zu seinen Aufgaben gehört es, seismische Aktivitäten den Behörden zu melden. Auch Schuermann, ein ehrgeiziger junger Wissenschaftler, ist in Batavia stationiert. Aus heutiger Sicht wäre er sicher ein fähiger Vulkanologe gewesen, aber diese Wissenschaft steckt zu der damaligen Zeit noch in den Kinderschuhen. Dr. van der Stock hat alle geologischen Vorgänge Indonesiens im Blick. Er will sie nicht nur verstehen, sondern auch einen Weg finden, mögliche Katastrophen verlässlich vorauszusagen. Ach, Schuermann! Direktor? Sie bringen meine Bücher zurück? Oh, ich bin noch nicht ganz fertig damit. Sehr langsam. Ich bin gründlich. Sie lernen die Werke doch nicht etwa heimlich auswendig, Schuermann? Wäre das so eine Sünde? Nicht, dass Sie schlauer werden als ich. Ich suche nach Literatur über das Verhalten von Tieren. So etwas wie die Geschichte über den japanischen Wels. Er verhält sich merkwürdig, wenn ein Erdbeben droht. Ach was. Sie wissen doch, wie aufgeregt Haustiere vor einem Gewitter sind. Ich glaube nicht, dass ich zu diesem Thema was hier habe. Ein Grund mehr, genauer nachzuforschen. Stellen Sie sich vor, über das Verhalten von Tieren Erdbeben voraussagen zu können. So wie die Chinesen das mit den Grashüpfern machen. Wenn wir derartige Erfahrungen nun ihren Messergebnissen zuordnen würden, könnten wir... Schuermann, bitte, das ist keine Wissenschaft. Natürlich ist es das. Alles ist Wissenschaft. Ich brauche einen Hund. Denken Sie an meine Bücher. Zurück nach Kitimbang, in den Süden Sumatras. Hier lebt Atib. Er ist Fischer und einer der Dorfältesten. Damit gehört er zu den geistigen Führern seines Volkes, die Traditionen und Gebräuche von Generation zu Generation weitergeben. Immer wieder erzählt er die Geschichte von Orang Ali Jai, dem Gott des Vulkans. Tief im Innern des Berges lebt ein Geist, Orang Ali Jai. Wenn er ärgerlich ist, dann speit er aus seinen Nüstern Feuer. Manche sagen, dass er jetzt schläft. Andere behaupten, dass er jetzt nicht schläft. Er grollt und ist wütend, weil die Fremden in unser Land gekommen sind. Für die Holländer sind die Geschichten reiner Aberglaube. Der Fischer Adjib aber ist überzeugt davon, dass der Berg wieder Feuer spucken wird. Und tatsächlich. Tief im Innern des Vulkans hat sich Druck aufgebaut und macht sich langsam an der Oberfläche bemerkbar. Magma steigt aus dem Erdinneren nach oben. 40 Kilometer vor der Küste braut sich das Unheil zusammen. Für die Wissenschaft unserer Zeit ist der Ausbruch des Krakatau vor über 120 Jahren ein wichtiger Meilenstein in der Erkenntnis, wie Vulkane unseren Planeten beeinflussen. Mike Rampino ist Professor für Geologie an der Universität von New York. Seine Forschung hat wesentlich dazu beigetragen, zu verstehen, warum der Krakatau damals mit solch einer Wucht ausgebrochen ist. Nach vielen Jahren ist er zu neuen Untersuchungen nach Indonesien zurückgekehrt. Der Ausbruch des Krakatau von 1883 war wohl der bedeutsamste Ausbruch für die Geschichte der Wissenschaft, für die Vulkanologen allemal. Zum ersten Mal wurde eine große vulkanische Eruption von einer Menge Beobachtern auf der ganzen Welt, auf See und auf Land dokumentiert. Um eine globale Zusammenschau der Ereignisse zu bekommen, was passiert, wenn ein so großer Vulkan ausbricht. Die Inselwelt Indonesiens zählt zu den vulkanisch aktivsten Regionen unserer Erde. Immerhin 17 Prozent aller heute aktiven Feuerberge befinden sich hier. Der Grund? Die geografische Lage. Das Archipel verdankt seiner Entstehung der Tatsache, dass hier zwei tektonische Erdplatten zusammenstoßen. Dabei schiebt sich die schwerere australische Platte stetig unter die leichtere asiatische Platte. Diesen Vorgang nennt die Wissenschaft Subduktion. Die harte Erdkruste schiebt ins heiße Erdinnere und beginnt zu schmelzen. Durch Risse und Spalten dringt das geschmolzene Gestein bis zur Erdoberfläche. Ein Vulkan bricht aus. Wie auf einer Perlenschnur liegen Indonesiens Vulkane auf einer solchen Subduktionszone. Die ungeheure Wucht des Krakatau-Ausbruches hat allerdings noch einen weiteren Grund. Zwischen Java und Sumatra ändert die Subduktionszone abrupt ihre Verlaufsrichtung. Dieser Knick führt zu zusätzlichen Spannungen. Besonders große Risse und Spalten entstehen genau im Bereich des Krakatau. In Ketimbang, im Büro des Kolonialbeamten Bayering, geht alles seinen gewohnten Gang. Wie wäre es mit einem kleinen Spaziergang? Ich habe zu tun. Ich weiß. Aber wenn ich darauf warte, bis du mal Zeit hast, dann warte ich ja ewig. Was hältst du von morgen? Versprochen? Versprochen? Oh nein, doch nicht. Ich muss einen Bericht schreiben, der noch morgen nach Batavia geht. Und wenn dieser Bericht einen Tag später ankommt? Was ist dann? Ich habe hier eine Aufgabe zu erfüllen. Als offizieller Beauftragter der Region ist es Bayerings Pflicht, die stärker werdenden Beben seinen Vorgesetzten in Batavia zu melden. Der großen Gefahr, nur 37 Kilometer entfernt, ist er sich nicht bewusst. In den frühen Morgenstunden des 22. Mai werden Fischer beim Schlagen von Holz für den Bootsbau von den Ereignissen überrascht. Plötzlich entlädt sich die Spannung unter der sonst so friedlichen Insel Krakatau. Die Hölle bricht los. Nur mit knapper Not können sie sich retten. Wenige Augenblicke später sind die Druckwellen in Ketimbang zu spüren. Was ist los? Da, Captain! Mein Gott! Halten Sie den Korps so gut es geht! Ein Dutzend Schiffe werden Zeuge dieses ersten Ausbruchs. Und nach wenigen Minuten erreicht die Druckwelle bereits Batavia. Haben Sie das Beben bemerkt? Was sagen Ihre Instrumente? Das war kein Erdbeben. Aber ich hab's doch gespürt. Und sogar der Hund. Vergessen Sie den Hund, Schurmann. Schauen Sie mal hier. Die Nadel bewegt sich vertikal. Die Vibrationen kommen aus der Luft, nicht aus der Erde. Das war kein Erdbeben. Ein Vulkan? Vermutlich. Ein Ausbruch! Ein Vulkan! Darauf warte ich schon so lange. Jetzt sind wir an der Reihe. Unter den vielen Instrumenten, die van der Stock in seinem Observatorium benutzt, befindet sich auch ein Gerät, dessen freischwingende Nadeln so empfindlich sind, dass sie die kleinsten Schwingungen in der Atmosphäre oder im Boden registrieren. Diesmal spricht alles eindeutig für eine Luftdruckwelle, ausgelöst durch eine Explosion aus etwa 160 Kilometer Entfernung. Das Ausmaß der kommenden Katastrophe kann van der Stock nicht erahnen. Kapitän Lindemann ist einer der Augenzeugen. Seine Logbuch-Eintragungen geben entscheidende Hinweise über den Ablauf der Geschehnisse. 20. Mai, 10.30 Uhr. Am Morgen wurde auf der Insel Krakatau ein Vulkanausbruch beobachtet. Eine weiße Kumuluswolke stieg schnell in den Himmel. Sie stieg fast senkrecht in den Himmel, bis sie ungefähr nach einer halben Stunde eine Höhe von 11.000 Metern erreicht hatte. Dort verteilte sie sich dann wie ein Schirm, und der in dieser Höhe westlich wehende Wind dehnte sie so aus, bis man am Horizont nur noch einen kleinen fetzen blauen Himmel erkennen konnte. Diese erste, noch kleine Eruption zeigt, dass der Krakatau endgültig aus seinem Schlaf erwacht ist. Was ist geschehen? Über 200 Jahre lang hat ein zähflüssiger Pfropfen aus erstarrtem Magma und Gestein den Schlund des Vulkans verstopft. Dieser konnte dem im Inneren des Vulkans stetig wachsenden Druck letztlich nicht länger standhalten und sprengte die Bergkappe. Die plötzliche Druckentlastung in der Magma-Kammer hatte eine ähnliche Wirkung wie das Entkorken einer Sektflasche, die man vor dem Öffnen noch kräftig schüttelt. Diese heftige Eruption war die Eröffnungssalve für eine Serie von Ausbrüchen in den folgenden Monaten. Durch Augenzeugenberichte alarmiert, beordert die Kolonialverwaltung von Batavia Bayering nach Krakatau. Er soll über das Ausmaß des Vulkanausbruches anschließend Bericht erstatten. Was platzt hier einfach so herein? Zurücktreten! Ruhe jetzt! Und nun erklären Sie mir, was hier los ist! Der Gott der Vulkane ist wütend! Vergesst endlich diesen Blödsinn! Es gibt keinen Gott der Vulkane! Ihr solltet euch wieder beruhigen! Er war da! Von unten! Aus dem Boden schossen die Flammen! Glauben Sie! Ich weiß. Ich habe von den Explosionen gehört und werde mir die Sache auf Krakatau selbst ansehen. Einer von euch wird mich begleiten. Wer meldet sich freiwillig? Kommst du mit? Du bringst mich rüber. Was ist mit dir? Ich gehe mit Ihnen! Am nächsten Morgen treten Bayering und Ajib ihre Reise zur Insel Krakatau an. Im dichten Nebel von Schwefelgasen kommen sie nur langsam voran. Für einen Moment hebt sich die giftige Wolke und gibt den Blick auf den Feuer bergfrei. Weltstopp! Sofort zurück! Umgehend schickt Bayering seinen Bericht an den Leiter des Observatoriums für Magnetismus und Meteorologie in Batavia. Dr. van der Stock erkennt den Ernst der Lage und informiert noch in der Nacht den Generalgouverneur. Überraschung! Raten Sie! Sie bringen meine Bücher? Nein, ich gehe nach Krakatau. Der Gouverneur persönlich hat mich mit einem Bericht beauftragt. Sie? Warum Sie? Das sollte meine Aufgabe sein. Von mir bekam er die Nachricht aus Kittimbang. Auf mich kann man leichter verzichten. Sie sind verheiratet. Am 27. Mai setzt eine Untersuchungskommission ihren Fuß auf Krakatau unter der Führung von Schurmann und Dr. van der Stock. Es ist ein unheimlicher Aufstieg über weitgehend verkohltes Gelände. Die Forscher sind sich sicher, dass der Ausbruch noch im Gange ist. Umso mehr überrascht sie die lähmende Stille, die den Berg wie ein Leichentuch umgibt. Für die heutige Wissenschaft sind die Proben von Dr. van der Stock von unschätzbarem Wert. Sie lassen Rückschlüsse zu, welches Material der Krakatau in der ersten Phase ausgespuckt hat. Jetzt weiß ich, wie die Hölle aussieht! Schwefelgase machen das Atmen schwer. Trotzdem wollen die Männer zum Krater. Wir sollten umkehren. Ich will zum Krater! Zu gefährlich! Ich gehe da hoch! Schurmann, nein! Sie sind ja ganz schön bequem geworden an Ihrem Schreibtisch. Kommen Sie! Kommen Sie! In Schurmanns späteren Bericht ist zu lesen. Bald gab es kein Anzeichen mehr von irgendeiner Vegetation und wir sahen nur noch diese brüllende Rauchsäule. Wir kletterten den letzten Hang hinauf und standen plötzlich an der steilen Wand des Kraters. Wussten Sie, dass die Hölle so schön aussieht? Sie sind verrückt, Schurmann, wirklich! In gewisser Weise zählen Schurmann und Van der Stock mit ihrer wagemutigen Expedition zu den ersten Vulkanologen. Weder der junge Schurmann noch der erfahrene Van der Stock waren sich der Gefahr bewusst, in der sie sich befanden. Die heutigen Vulkanologen wie Mike Rampino kennen die tödlichen Kräfte genau, die die Vegetation von den Hängen des Krakatau gefegt hatten. Die beiden hatten eine Menge Glück, sich dort oben während einer weniger aktiven Phase des Vulkans aufgehalten zu haben. Denn das Gebiet wurde kurz zuvor von pyroklastischen Strömen, einer Mischung aus heißer Asche und Gasen, total verwüstet. Der erste Ausbruch des Krakatau hat feine Ascheteilchen hoch in die Atmosphäre geschleudert. Weitaus gefährlicher sind die superheißen Gesteinstrummer, die wie ein Wasserfall an den Flanken herabstürzen. Sie lassen alles, was sich ihnen in den Weg stellt, in Flammen aufgehen. Ende Mai hat sich die Lage einigermaßen beruhigt. Die Menschen an den Küsten Westjavas und Süd-Sumatras kehren zu ihrem Alltag zurück. Nur die Rauchsäule steht allgegenwärtig über dem Berg und ein gelegentliches Grollen ist zu hören. Vorgänge, die Bill McGuire, ein bekannter Vulkanologe und Tsunami-Experte vom University College in London, aus heutiger Erfahrung gut kennt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich die Aktivitäten des Vulkans nach dem ersten Ausbruch wieder etwas verringern. Die wirkliche Gefahr liegt darin, dass es unmöglich ist, vorauszusagen, wann der Höhepunkt erfolgen wird. Das kann innerhalb einer Woche sein. Im Fall des Krakatau waren es Monate. Da besteht immer die Gefahr, dass die Menschen glauben, das Schlimmste sei vorüber. Sie fühlen sich sicher, aber das ist oft genug nicht der Fall. Der Morgen des 26. August 1883. Ein Tag wie jeder andere im Schatten des Vulkans. Wie alle geht auch der Leuchtturmwärter Toemang seinem Alltagsgeschäft nach und hat die Sunderstraße fest im Blick. Niemand ahnt, welche ungeheure Katastrophe über die ganze Region in den nächsten 24 Stunden hereinbrechen wird. Mit Ziel auf das südliche Sumatra macht sich die Gouverneur-General-Laudon über die Sunderstraße auf den Weg. Eine ganz alltägliche Seereise für die Crew. Ist das das Paraffin, die Kaper? Genau 25 Fässer. Gut. Adjib, der Fischer, befindet sich wie jeden Tag auf dem Markt. Der Fang wird seiner Familie ein bescheidenes Auskommen sichern. Sechs Minuten nach 13 Uhr bricht das Inferno los. Alle drei Krater der Vulkaninsel brechen aus. In einer massiven Salve von Explosionen. Was hier geschieht, hat keiner dieser Menschen je erlebt. Kapitän Lindemann ist an Bord seines Schiffes wieder der naheste Augenzeuge. Bayering und seine Frau im nahen Ketimbang begreifen nur allmählich, dass es diesmal anders ist als jemals zuvor. Seit der Aufzeichnung solcher Ereignisse in der Geschichte der Menschheit nimmt hier der verheerendste Ausbruch eines Vulkans seinen Lauf. Den Menschen in den Küstengebieten rund um die Sunderstraße bleiben nur Stunden, bevor die ganze Wucht der Naturgewalten ihre Heimat zerstören wird. Bill McGuire besucht die Region in der Nähe des ehemaligen Leuchtturms. Als am Mittag des 26. der Vulkan so richtig zu brodeln begann, überstürzten sich die Ereignisse. Alle zehn Minuten gab es neue, gewaltige Explosionen. In der Folge erhob sich eine gigantische, aus Rauch und Trümmern bestehende Säule 25 Kilometer in den Himmel. Es gab heftige Ascheniederschläge und es regnete eine Menge Bimsstein auf die Schiffe. Am Nachmittag war alles pechschwarz, man konnte die Hand nicht mehr vor den Augen sehen. Sicher haben Erdbeben die Explosionen begleitet. Und wahrscheinlich sind eine Menge pyroklastischer Ströme ins Meer geflossen. Sie haben es mehr und mehr aufgewühlt. Die Gouverneur-General Laudon befindet sich nur zehneinhalb Seemeilen von Krakatau entfernt. Schafft das Paraffin weg, bevor es explodiert! Übernehmen Sie! Überwart damit! Alles! Überwart! Überwart! Die heiße, klebrige Vulkanasche bedeckt in kurzer Zeit das ganze Schiff. Bis zum frühen Abend hat der Ascheregenkeit den Wangen. Wir müssen weg. Ich mache Janni fertig. Wir brauchen Essen und Wasser. Ich kann nicht. Du kommst mit. Ich trage die Verantwortung für die Leute hier. Hörst du das nicht? Unser Leben steht auf dem Spiel. Wir werden bleiben. Ich muss mich um das Dorf kümmern. Am nächsten Morgen, 5.30 Uhr, erschüttert eine weitere Explosion die Insel. Dicke Lavaströme wälzen sich an den Flanken des Vulkans herab. Riesige Landmassen rutschen ins Meer und lösen gigantische Wellen in den umliegenden Gewässern aus. Mein Gott! Heiz, rie die Welle! Schnell! Schnell! Gehe die Welle! Schnell! Schnell! Untertitelung des ZDF, 2020 Je näher die Monsterwelle der Küste kommt, desto langsamer wird sie. Gleichzeitig türmt sie sich zu einem riesigen Tsunami auf. Kompletter Horror steht dem Leuchtturmwärter ins Gesicht geschrieben. Alles, was der Tsunami vom Leuchtturm von Fourth Point übrig gelassen hat, sind die zwei Meter dicken Fundamente aus Ziegelstein. Bis heute erinnern sie an die verheerende Katastrophe. Zwei Jahre nach der Zerstörung wurde nur wenige Meter entfernt ein neuer Leuchtturm errichtet. Der neue Fourth Point Leuchtturm hat mit seinen 40 Metern ungefähr die Höhe des größten damaligen Tsunamis. Schaut man von hier oben, dann ist es unvorstellbar, dass es überhaupt eine so große Welle geben kann. Eine 40 Meter Welle muss die gesamte Region zerstört haben. Dazu kommt, dass es nicht die einzige Welle ist, die an den Strand schlägt. Tsunamis sind meist sehr breit, von etlichen hundert Metern bis zu einigen Kilometern. Es ist wie eine Wand aus Wasser, sie rast heran und walzt alles nieder. Fast 20.000 Menschen kommen allein hier ums Leben. Der Tsunami von 2004 brachte noch mehr Zerstörung, in dem Sinn, dass noch mehr Menschen in einem noch größeren Gebiet starben. Der Grund, er wurde durch eine massive Verschiebung des Meeresbodens ausgelöst. Die Wellen, die beim Ausbruch des Krakatau entstanden, waren zwar viel, viel höher, aber verloren schnell ihre Energie und bewegten sich nicht so weit. Der Tsunami von Fourth Point reißt den Sand von den Stränden und zerstört alles, was ihm im Weg steht. Es scheint, als gehe die Welt zugrunde. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Um 6.44 Uhr bricht der Krakatau noch einmal aus. Eine gigantische Detonation von der unvorstellbaren Stärke von ungefähr 1000 Atombomben. Der Vulkan fliegt völlig auseinander. Warum die kleine Vulkaninsel mitten im indonesischen Archipel mit einer solchen Wucht explodierte, fasziniert die Vulkanologen der Welt seit fast einem Jahrhundert. Mike Wampino ist unterwegs zu der Insel Rakata, einem der drei kleinen Überbleibsel der einstigen Insel Krakatau. Hier sucht er nach Antworten. Er wird begleitet von Samsul, einem einheimischen Führer. Rakata ist längst wieder eine grüne Insel. Üppiger Dschungel bedeckt die Flanken des zentralen Berges. Zeugen der einstigen Katastrophe sind Bimssteinablagerungen, verborgen unter dichtem Pflanzenwuchs. Ihre genaue Zusammensetzung will Rampino untersuchen. Der Wissenschaftler teilt nicht die Meinung vieler Kollegen, wonach ausschließlich eine Mischung von eingesickertem Meerwasser und Magma die gewaltigen Explosionen hervorgerufen hat. Gerade die großen Bimssteinbrocken geben Hinweise, dass noch andere Kräfte am Werk gewesen sein müssen. Eine Vermischung mit Meerwasser hätte lediglich feinporige Bimssteinablagerungen zur Folge gehabt. Was sich an dieser Wand offenbart, lässt Rückschlüsse zu, wie die Katastrophe von 1883 abgelaufen sein muss. Und das Innere der Bimssteine enthüllt schließlich das Geheimnis der unbändigen Naturgewalten. Zwei unterschiedliche Arten von Magma. Das hier ist der vermischte Bimsstein. Er enthält helles und dunkles Material, die beiden unterschiedlichen Arten von Magma, welche die Eruption ausgelöst haben. Das hellere Magma war schon lange in der Magmakammer. Das Dunkle strömte von unten nach, erhitzte das Helle, bis es zu Gas wurde. Das dehnte sich immer mehr aus, so lange bis der Überdruck schließlich diese massiven Eruptionen auslöste. Das Zusammentreffen zweier unterschiedlicher Magmasorten führte also zu dem tödlichen Gemisch. Verbunden mit der Lage der Insel auf einer geologischen Schwächezone unseres Planeten sind die Ereignisse fast zwangsläufig. Als der Krakatau in die Luft fliegt, geschieht dies mit einer solchen Intensität, dass der Knall über einem Zwölftel der Erdoberfläche zu hören ist. Seit Beginn der wissenschaftlichen Aufzeichnungen ist dies die längste Entfernung eines durch die Luft getragenen Geräusches. Die dritte große Detonation löst erneut einen Tsunami aus. Er rast auf die Küste von Ketimbang zu. Angesichts des infernalischen Spektakels am Horizont kann Frau Beiering diesmal ihren Mann überzeugen, dass nur die Flucht Rettung bringen kann. Anah! 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 Wie durch ein Wunder erreichen die Beierings zusammen mit Zumbi unverletzt ihre Sommerhütte auf dem Berg. Anah! 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 Niemand kann es überleben. Anah! Wir werden alle sterben. Nein, das werden wir nicht. Wir werden Hilfe aus Batavia bekommen. Wenn es Batavia überhaupt noch gibt. Noch vor 12 Uhr mittags haben in Kitimbang und Umgebung über 8000 Menschen ihr Leben gelassen. Der Tsunami verliert allmählich an Geschwindigkeit. Die Höhe der Welle nimmt dagegen immer noch zu. Auf ihrem Weg in die Bucht von Lampong. Tsunamis werden durch topografische Begebenheiten immens beeinflusst. Buchten, Flussmündungen und so weiter zwängen sie in schmalere Rinnen, so wie hier in Lampong. Die Welle hat die gesamte Region um die Bucht total verwüstet. Die Dörfer Sumatras hatten vor dieser 24 Meter hohen Welle keine Chance. Es war eine riesige Wasserwand, die sich minutenlang ins Land ergoss. Für alle, die sich nicht schnell genug auf höheres Terrain retten konnten, gab es kein Überleben. Die Welle raste mit ungeheurer Wucht und Geschwindigkeit über alles hinweg. Kaum jemand hatte eine Chance zu entkommen. Am späten Nachmittag endlich hören die Explosionen auf. Der Vulkan ist verschwunden. Madame, was ist? Eines der letzten Opfer des Krakataus ist der kleine Sohn der Bayrings, erstickt an den giftigen Dämpfen. Berichten zufolge hat der Leuchtturmwärter Toemang den Tsunami auf wundersame Weise überlebt. Seine Frau und das Kind zählen zu den Opfern. Trotz des schweren Schicksalsschlages nimmt er seinen Dienst bald wieder auf. Kapitän Lindemann und seine Crew hatten unglaubliches Glück, dass ihr Schiff den Ritt über die Monsterwellen fast schadlos überstanden hatte. Die nächsten Tage erleben die Menschen der betroffenen Küstengebiete von Java und Sumatra wie in Trance. Unwirkliche Stille liegt über dem Land. Nur langsam begreifen die Bayrings, was geschehen ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Beim Verlassen der Hütte erkennen sie das Ausmaß der Katastrophe, die nicht nur ihnen unsagbares Leid gebracht hat. Am Strand trifft Bayring auf Ajib und ein paar andere Fischer. Sie bergen ihre Toten und räumen auf, was die Welle ihnen noch gelassen hat. Hilflos klingen die Worte des holländischen Kolonialbeamten, wenn er den Einheimischen verspricht, dass die Behörden sich um sie kümmern werden. Nahrungsmittel werde es geben und die Häuser würden wieder aufgebaut. Innerhalb weniger Stunden wird der Krakatau zum Mittelpunkt der Welt. Eine Katastrophe biblischen Ausmaßes lässt die Zeitgenossen fassungslos nach Indonesien schauen. Berichte über Opferzahlen und Zerstörungen dominieren die Schlagzeilen der Weltpresse. Moderne Nachrichtentechnik durch ein Netz von unterseeischen Kabeln verbreitet die Schreckensnachricht erstmals minutenschnell rund um den Globus. Bis heute sind Trümmerspuren weit im Hinterland zu finden. Insgesamt haben mehr als 36.000 Menschen ihr Leben verloren. 165 Städte und Dörfer wurden dem Erdboden gleichgemacht. Bill Maguire begibt sich auf Spurensuche. Die meisten dieser Menschen fielen den Tsunamis und deren Auswirkungen zum Opfer. Sie wurden nicht von heißem Gestein oder Dämpfen getötet. Was viele Leute nicht wissen, bis heute nicht, ist die Tatsache, dass Tsunamis und vulkanische Schlammlawinen bei einem Vulkanausbruch zu den großen Killern zählen. Es sind diese indirekten Faktoren, die eine solche Katastrophe ausmachen. Für die Wissenschaft war das Ende des Krakatau ein Anfang. Die 1660 zur Förderung des Studiums von Naturereignissen gegründete Royal Society setzte 1884 ein Komitee ein, um die globalen Auswirkungen der Eruption zu dokumentieren. Die Meteorologin Dr. Eleanor Highwood nutzt die weltweiten Unterlagen für ihre Studien. Zeitungsausschnitte, Schiffslogbücher, wissenschaftliche Aufzeichnungen und Augenzeugenberichte. Das Ergebnis, die wohl umfassendste Dokumentation eines Vulkanausbruchs, die es jemals gegeben hat. Dieser Bericht beginnt mit den geologischen Vorgängen während der Anfangsphase des Ausbruchs. Dann kommen Informationen zu den darauf folgenden Vorgängen, einschließlich der Auswirkungen der Tsunamis, der zeitlichen Abfolge, der um den Globus laufenden Druckwellen. Sie wurden in Australien und sogar in Oxford registriert. Es war wirklich ein globales Geschehen. Eine Menge Aufzeichnungen über optische Phänomene, wie veränderte Farbnuancen von Sonnenunter- und Aufgängen sind zu finden. Zum Beispiel 29. August Japan. Die Sonne war blutrot und strahlenförmiger Rauch zog über ihr Gesicht. Einen Monat später in Hazelmere in Surrey, hellrosa Zirruswolken während des Sonnenuntergangs. Während der letzten Septembertage in Buenos Aires, das Glühen dauerte eineinhalb Stunden, die Sonne und der Mond waren manchmal verfärbt. Solche Berichte waren noch vier bis fünf Jahre später zu lesen und waren für die Meteorologen die ersten Hinweise, wie die ausgeschleuderte Materie durch die Atmosphäre transportiert wurde. Die Veränderungen des Abendhimmels innerhalb weniger Tage nach dem Ausbruch bestätigen die Existenz von sehr schnellen und sehr hohen Luftströmungen. Sie transportieren die vulkanischen Teilchen durch die Atmosphäre. Die Entdeckung dieser sogenannten Jet Streams spielt eine zentrale Rolle in unserem Verstehen der Wettervorgänge. 16 Millionen Kubikmeter Schutt, Asche, Staub und Gase schleuderte der Krakatau in die Luft. Das schwere Material fiel zur Erde zurück. Die kleinen Staubpartikel und die Gase stiegen in die oberen Schichten der Atmosphäre auf. Innerhalb weniger Tage verschleierten diese Aerosole 70 Prozent der Oberfläche unseres Planeten. Sie reflektierten zudem die Sonnenstrahlen zurück ins All. Eine Absenkung der Temperaturen auf der Erde von einem halben Grad Celsius war die Folge. Zusätzlich verfärbte sich der Himmel blutrot. Für die folgenden Jahre wird Wilhelm Bayering als Kontrolleur der holländischen Kolonialverwaltung auf seinem Posten in Ketimbang bleiben. Er nimmt seinen Dienst sehr ernst und überwacht zusammen mit seiner Frau die Aufbauarbeiten. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Für Dr. van der Stock geht die Zeit am Observatorium in Batavia zu Ende. Er kehrt nach Holland zurück. Behalten Sie es. Für Ihre Forschung. Oh, ich habe auch etwas. Eine Erinnerung an unsere Reise. Ein Stück Krakatau. Der ganze Rest. Ja, danke. Ajib und die Männer seines Dorfes verbringen viel Zeit am Strand. Irgendwann fordert er dazu auf, zum Fischen zu gehen. Schließlich muss das Leben weitergehen. Alle im Dorf müssen essen. Musik Die Namen und Todesanzeigen der 37 ums Leben gekommenen Europäer werden in der ganzen Welt veröffentlicht. Die Zehntausende indonesischen Opfer bleiben namenlos. Noch vielen Menschen in seinem Dorf erzählt Ajib die Geschichte des Gottes Orang Ali Jai, der grollt und wütend ist, wenn Fremde sein Reich betreten. Die Fischer finden in ihrem Glauben eine Erklärung für die verheerende Katastrophe, die im August 1883 über sie hereingebrochen ist. Für die Wissenschaft markiert der Ausbruch den Beginn eines neuen Bildes vom Planeten Erde. Und selbst heute, nach mehr als 120 Jahren, ist die Geschichte des Krakatau noch nicht zu Ende. Obwohl die Eruption von damals die Insel mit den drei Vulkankegeln völlig auseinandergerissen hat, erhebt sich wie Phönix aus der Asche ein neuer Vulkan. Mitten im ehemaligen Krater wächst Anak-Krakatau heran, das Kind des Krakatau. Vor 26 Jahren betrat Mike Rampino zum ersten Mal den Anak. Jetzt kehrt er zurück, um neue Daten zu sammeln. Dr. Rudi Hadi Santono von der Vulkanbeobachtungsbehörde Indonesiens begleitet ihn wie schon bei der ersten Reise. Die beiden sind erstaunt, wie grün die Insel geworden ist. Bei ihrem letzten Besuch gab es so gut wie keinen Wald. Jetzt ist zumindest eine Seite der Vulkaninsel mit dichtem Dschungel bewachsen. Die gegenüberliegende ist nach wie vor kahl. Dort strömt die Lava zu Tal. Auf Lichtungen stoßen die Wissenschaftler immer wieder auf Gesteinsbrocken, Zeugen vulkanischer Aktivität. Allein in den letzten 25 Jahren um das Doppelte gewachsen, hat der Anak eine tödliche Bilanz. Fünf Touristen kamen bei Ausbrüchen ums Leben, getroffen von ausgespuckten Gesteinsbrocken. Im Dezember 1927 hat sich der Anak-Krakatau zum ersten Mal mit einer heftigen Eruption knapp unter der Wasseroberfläche bemerkbar gemacht. Seitdem haben die Ausbrüche an Intensität zugenommen und der Vulkan wächst jedes Jahr um mehrere Meter. Heute ist der Anak mit seinen 450 Metern ungefähr halb so hoch wie der Krakatau von 1883. Allein in den Jahren zwischen 1992 und 2000 hat er über 3000 Tonnen Material ausgespuckt. Wir stehen hier auf einem aktiven Vulkan, dem Anak-Krakatau. Der alte Gipfel des Krakatau und die Eruptionszentren von 1883 liegen hinter uns, in einer Linie. Deshalb glauben Vulkanologen, dass es auf dieser Linie im Inneren der Erde eine Bruchlinie gibt, durch deren Risse die Vulkanzentren schon damals ausgebrochen sind. Die Anbeobachtungsbehörde kontrolliert den Anak-Krakatau sehr sorgfältig und achtet besonders auf die Viskosität des Magmas. Auch die Temperatur an der Oberfläche wird regelmäßig gemessen. Wir erwarten, dass der Anak-Krakatau in Zukunft einen immer größer werdenden Vulkan aufbaut. Durch die Vorgänge im Erdinneren wird sich das aufquellende Magma verändern und je zähflüssiger es ist, umso größer ist die Chance, dass es den Vulkanschlund mit einem Fropfen verschließt. Das ist dann wiederum die Voraussetzung für eine explosionsartige Eruption. So ist wohl nicht auszuschließen, dass das gefährlich schnell aufschießende halbwüchsige Kind des Krakatau eines Tages mit ähnlicher Gewalt verheerende Zerstörung und unsagbares Leid über die Region bringen wird, wie dies im August 1883 geschehen ist. Nur allzu deutlich hat uns der Tsunami von 2004 vor Augen geführt, wie unberechenbar und grausam Naturgewalten zuschlagen. Längst ist es nicht mehr allein die ansässige Bevölkerung, die unter solchen Katastrophen zu leiden hat. Die Auswirkungen treffen die ganze Welt. Die Herausforderung der Zukunft besteht darin, die Kräfte der Natur nicht nur zu verstehen, sondern sie auch vorhersagen zu können. Die Herausforderung des Krakatschges Die Herausforderung des Krakatschges